Ja, ja, der Raimund Ringele. Kann einem schon leid tun, aber wenn sie bei DSDS schlau wären, der Bohlen und so, wenn die schlau wären, dann würden die die Freaks mal weiterkommen lassen. Menderes, hier, Raimund, wie sie alle heißen, ich kenn ihre Annahme eigentlich gar nicht. Die sollten mal weiterkommen. Das hat einfach Unterhaltungswert. Ist nicht so diese langweilige Scheiße, ich sing ein bisschen, weh, 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 weh. Das will doch keiner sehen, Mann. Das will doch keiner sehen. Wir wollen die Freaks sehen, die Freaks, die scheiß Freaks wollen wir sehen, Mann. Und nicht hier irgendwelche, was weiß ich, tunten Bitches, die irgendeinen scheiß labern, scheiß singen. Selbst wenn sie singen können, scheiß drauf, es gibt Millionen Leute, die singen können. na und die will ich nicht sehen ich will die freaks sehen man ich will den raimund sehen ich will hier die sollen mal weiterkommen raimund menderes sollen einfach mal weiterkommen dann gehen die quoten nach den castings auch mal wieder hoch garantiert nach den castings gehen die quoten garantiert in den keller weil den scheiß keiner mehr sehen will wenn sie mal hier den ringel weiterkommen lassen würden dann wäre es mal cool dann wäre mal ein bisschen hier stimmung in der bude und nicht immer der gleiche scheiß ach scheiße mann die sts ist einfach scheiße klar die castings kann man auch schauen das ist immer so ein bisschen witzig aber danach einfach nur noch langweilig nur noch langweilig peace up